um die jahre leute man hat sie kommen jetzt einer weiteren folge warfragen zusammen mit markus und vor allem wir machen noch mal diese nette mission der spionage bei den korps gerade in einem land der runde davor eben beim letzten weiter gestoppt ist bei c weil der eine vorhack der sicherheits hack einfach zu heftig war viel zu heftig ah geil hunde fangt an zu arbeiten aber aber das geknackt und einer freilich was aus einer bundel das ausmacht hat sie noch was ich verletzt hat man ausgebrüttelt kredits energie warum kann ich die energie nicht einsammeln hier liegt doch eindeutig energie jetzt habe ich sie wuchhu wuchhu uh mega step kill aus der luft sau cooler wu so da unten ist noch so ein scheiß ding das will ich haben hier ist nämlich auch noch ein lootraum und wenn ich mir einfach alles verschlossen ist und mein hund hier unten nicht hinkommt und ich habe ihn mit meiner shotgun ich habe ihn mit meiner shotgun nix er hat halt nichts was wirklich massenvernichtung macht er hat zwar alles mögliche was auch cool ist und sich selber zu schützt und alle möglichen coolen einsatzfähigkeiten hat aber er hat halt nichts was schnell mal viel tötet er hat deshalb als spiel kaputt wo ist ein A wir müssen erst zu A oh einer unserer hunde hat wieder was geknackt A ist hier hinten oder oben glaube ich unten da wo du vorhin wirst ah jetzt hab ich's gefunden okay wir müssen versuchen das Mittelding zu treffen auch mein Hund da wieder so seid ihr alle da Markus mein Hund hat gewusst er ja versuchts zumindest meiner hat hier wieder ein bisschen ausgekramt für dich so er läuft gegen die wand ich hab eins ich hab getroffen ja bei mir war es was ich was ich was ich wer war warum warum boris man fängst das ballern an wenn hier irgendein anderer ist löst der salam aus der hat mich gesehen ja dann guck halt vorher ich hab sogar noch angekündigt du hast Glück dass hier kein anderer ist du hast Glück dass hier kein anderer ist ey du hast Glück dass hier kein anderer ist ey so viel sagst du aber diesmal bin ich in der kamera eingelaufen lass mich hacken so langweilig mit den Schlüsseln ja aber es geht schnell ja aber ist nicht der sinn davon ist einfach nur rein rennst und klickst auf Schlüssel verwenden oh gehackt garante Ich habe B's hier oben. Es gibt drei Data Vaults und drei Codec's. Proceed mit Caution. Wenn Korbis-Securität nur noch einen von diesen Fragments verletzt, diese Mission wird ein Fehler. Ach man. Wer ist tot? Mein Hund. Holst du ihn? Ja gleich. Oh Scheiße, Shotguner. Wer war es jetzt? Ich? Hä? Dahinten ist eine Camp. Ja, ich kann dir nicht helfen. Ich komm nicht da rein. Ja, ich weiß. Aber ich mach es selber. Oh fuck dieser Hack. Ach Scheiße. Ach Scheiße. Und ich hab wohl, der macht Schenke bei mir auf. Ja eben sagt manche. Ja weil, der läuft bei mir rum, jetzt läuft der läuft bei mir rum, auf einmal steht da Fähigkeit und der ist bei dir. Und dann ist er wieder bei dir. Und dann ist er wieder bei mir und dann steht da Fähigkeit und er ist wieder bei dir. Komm. Hallo? Was ist das hier für ein Drecksgang? Ja. 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 Meckli. Ich hab' den Schrausen gehört. Hier in den zwei Räumen ist genug für euch. Hä? Wozellig geht es? Ja. Jetzt hier. Ja der Hüpter da hin und her. A-Richt-M-C weiter, Markus. Hey, Boris ist direkt über mir, irgendwie. Und sein Sammelding ist direkt unter mir. Hier, ey, Sven, komm zurück. Hier rein musst du, genau. Ah, da. Und einmal da rein. Warum stehst du bei mir da oben in der Decke drin? Ja, weil ich da oben hingekommen bin. Hä? Mach mich bloß nicht wie. Wachst du? Ja. Ich hecke. Jetzt bin ich unten. Ach, da brauche ich das Ding. Ah, meiner hat's geknackt. Oh. Oh. das hast du dich pass auf der wächter links wo wächter links okay in den gang links da warum das war so unnötig voll in die kamera wenn sie zieler beim letzten scheitert links so einer scheiße ich bitte sehen das nicht dran ja 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 3 das ist ja noch her was sein müssen alle übrigen gegner tötchen weil wir zu oft alarm haben worauf und gegner muss aber das ist viel ein gegner ist genau da wo wir den sieg ab gehabt haben und seine hunde sind einfach beide immer noch am kragen ja dann hat es wieder abgesperrt nice und wo ist jetzt auf beide geöffnet ja ich habe gespielt doch der war grün und dann direkt wieder rot ja bei mir war die ganze zeit grün ne der wurde der erste wurde bei mir einfach wieder rot meiner welt ist grün deiner welt ist rot warum habe ich jetzt lex ok jetzt sind lexier weg komisch jetzt lexier ich glaube ich glaube warfragen wir sie verabschieden ich bin jetzt richtig assi ich bin über dir ich habe ihn ich bin noch zwei jetzt noch die letzte ja mit dem hacken haben wir jetzt inzwischen hier unsere übung aber ich muss wieder nach unten ne ne unten ist wieder alles sauber ja aber hier unten kommen wir raus ach so äh Okay. Warten wir mal hier auf Borels, werden uns der Hut hunden bisschen... Ja. Ich bin auch viele Schränke. Ja, ja. Das Ende hier hat immer ziemlich viele Schränke. Der wird schon gewesen, ja. Zumindest ist mein Hund jetzt einfach schon Level 18. Jetzt buddelt der schon wieder bei dir, Robo, oder? Ja, der hat gar nicht schon geöffnet. Bei mir sind einfach noch lauter zuhör und der buddelt bei dir und jetzt rennt er wieder zu mir rüber. Jetzt sagt er wieder Fähigkeiten und ist wieder bei dir. Jetzt sagt er wieder Fähigkeiten und ist wieder bei dir. Jetzt sagt er wieder Fähigkeiten und ist wieder bei dir. Jetzt buddelt er bei dir die ganze Schränke auf. Ihr könnt ja auch mal bei mir hier öffnen. Jetzt kommt er wieder rübergeraten. Nein, jetzt sagt er wieder Fähigkeiten und ist wieder bei dir. Und noch mal. Jetzt kommt er... Nein, der kommt doch nicht zu mir. Du musst doch jetzt gleich alles offen sein, oder? Jetzt kommt er wieder. Oh, hier hinten ist auch noch so ein mega Lootraum. Oh. Ja, die Hunde machen schon... Oh, schön, Job. Aber die müssen es echt erhöhen, dass einfach die Mord auf maximalen Level ist. Am besten wäre es halt, wenn die einfach jeden Schrank aufknacken könnten dann. Oder jeden Zweiten sind es. Aber manchmal stehen, weil echt da warten so zehnmal bis dabei zwei Schränke aufgehen oder so. Und dann ist es halt auch schon ein bisschen Zeitverschwendung. Aber wenn die Wirkung jeden knacken würden, dann rennt jetzt nicht das. Jetzt tauschen uns ja wahrscheinlich noch mal Schrank. Gut, komm mal hin. Ob es denn auch noch Schränke? Ja, ja. Ich stelle mir hier gerade das ganze Zeug ein, was meiner hier drüben geöffnet hatte. Ich stelle mir hier gleich. Ah, na. Das ist ja schon ein kleines Schrank. Ah. große nichts das war das Piau ah da ist mir schon irgendwie geil diese Hunde ja ah meiner macht weiter und knackt den Schrank jetzt hat deiner eingeknackt und meiner buddelt nochmal was aus ah endlich geschafft ja wir haben die nächste Mission an der Stelle wieder geschafft und dann schauen wir uns mal an was uns die Leute jetzt drüben in unserem Schiff mal wieder für eine nette Geschichte darüber erzählen werden weil ich glaub wir haben ja jetzt alle von diesen Datenlegern eingesammelt ja dankeschön ja 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 na ha ja 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 Bis zum nächsten Mal.